Ich zeige euch jetzt mein Lieblingsrezept, wie ich mein Baguette belege, da viele von euch in dem letzten Video in den Kommentaren gefragt haben. Das erste, was wir brauchen, ist natürlich so ein wunderschönes Baguette. Da das Baguette gleich in den Backofen kommt, machen wir das jetzt ein bisschen nass. Warm schmeckt das natürlich viel besser. In der Zwischenzeit habe ich das Hähnchen gebraten und das kommt jetzt erstmal auf den Teller. Jetzt schneiden wir erstmal die Tomaten. Jetzt ist die Avocado dran. Ich will eine ganz simple Avocado-Creme machen. Da kommt jetzt Pfeffer rein, Salz, eine Knoblauchzehe. Natürlich jetzt das Ganze ein bisschen zerstampfen. Das Baguette ist jetzt fertig, Leute. Als erstes schmieren wir auf die untere Hälfte die Avocado-Creme und auf die obere Hälfte Mayo. Jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Die kommen einfach hier einmal drauf. Dann platzieren wir natürlich das Hähnchen. Feinarbeit, Leute. Pure Konzentration natürlich. Hände waschen. Und jetzt kommen die Gurten. Jetzt machen wir auf die obere Hälfte Salat. Ohne Salat wächst natürlich nicht der Bizeps. Dann kommen die Rostzwiebeln. Auch noch ein bisschen Cheese. Ein bisschen von meiner Lieblingssoße. Barbecue Sauce. Ich freue mich gerade übelst. Das sieht richtig lecker aus. Zwei Tage hintereinander. Mein Lieblings-Candle. Der Moment der Wahrheit, Leute. Oh mein Gott. 1A. 1A. 4A. Vielen Dank.